Wir befinden uns hier in der Audi AG Neckar-Sulm in der Montagehalle des Fahrzeugs A8 und speziell hier in unserem Logistik-Supermarkt stellen unterschiedliche Mitarbeiter das Material für die Montage bedarfsgerecht zur Verfügung. Die größte Herausforderung in der Intralogistik heutzutage ist natürlich die steigende Komplexität durch wachsende Kundenwünsche. Hier speziell in der Halle A11 bei uns am Standort ist diese Komplexität nochmals gepaart mit langen Fahrwegen. Woher kommen diese? Weil die Montage sich in einem anderen Geschoss befindet wie die Logistik. Optimierungsansätze bei uns haben wir gesehen genau in diesen langen Fahrwegen. Warum? Um natürlich die Kosten zu reduzieren und dadurch die Logistik zu verschlanken. Und schreie mit R Us. Deshalb seh das der Wirkungs-Nunner-Bus-Kartner, Entski, die Musik in der Wirkaufel haben. Und am besten zu mit R Us. Die Anforderung, die wir an unseren neuen Bereitstellwagen gestellt haben, war einerseits Ergonomievorteile für die Mitarbeiter zu erzielen, andererseits eine möglichst hohe Packdichte zu erhalten auf Bereitstellwagen und natürlich die Prämissen, die ein solches fahrloses Transportsystem an uns stellt, zu erfüllen. Neben den beschriebenen Anforderungen an den Bereitstellwagen war uns wichtig in Richtung Zukunft, dass wir ein hochflexibles System einsetzen, um auf zukünftige Bedürfnisse reagieren zu können. Für ein dynamisches Umfeld, wie wir es in Automotive-Bereichen wiederfinden, stellt ITEM hierbei den perfekten Partner dar. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.